Um den Einzug ins Halbfinale bei der Schiedermeisterschaften 2022, Ita Tati, ich glaube der einzige Spieler hier heute, der mit japanisch-chinesischem Pernodier spielt. Aber natürlich, wie man eben gesehen hat, auch delikant benutzt. Das ist schon lange so. Und das war der erste Satz. Am Tisch 1, Leonard... ... ...